Halli, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu World's End Club. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen in der heutigen Folge, ne? Ich bin immer noch verwirrt von der letzten Folge. Ist Pochi jetzt ein Roboter? Er hat doch dieses X auf der Stirn, das heißt, er ist ein X-Type. Oder wie das so schön hieß. Aber er hatte auch Elektrisches an seinem Arm. Vielleicht ist er so ein Android. Eine übernatürliche KI. Jo. Also, er kann auf jeden Fall selbstständig denken. Ah, das sind Erinnerungen, die er jetzt durchlebt, ne? Ich finde die Wahrheit über Pochi ist halt auch sehr interessant. Er erinnert sich an all die schöne Zeit. Es würde übrigens auch erklären, warum Pochi so extremst gut kochen kann. Er weiß es aus dem Internet. Er hat nämlich ständig Internetzugang. Ich weiß, der Witz war scheiße. Muss ich jetzt von jedem hier was anhören? Also nicht, dass ich was dagegen habe, das ist eine schöne Szene. Jetzt noch eine Erinnerung mit Tatsun. Hey, Pochi. Ich habe ein Favorit, was ich fragen. Okay. 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 Anscheinend ja. Das sind meine Erinnerungen von diesem Klassenraum. Meine Erinnerungen mit jedem. Dieses Bild von Pochi ist auch komplett anders. Warte mal, das habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Der sieht jetzt komplett anders aus. Warum sehe ich alles? Vanilla. Oh, okay. So ist das, wie das Kodium für das Programm funktioniert, hm? Jo. Du bist ein echtes Genie, Pochi. Ein Rating-Source-Kodium scheint so leicht zu kommen. Deswegen konnte er auch so leicht die Maschinen alle steuern. So gute Freundschaft. Aniki, in Kota. Was müssen wir tun, wenn wir das Sommer-Vacation-Thinge? Du und ich sind in charge des Effekts. Oh. Huh? Geht zusammen in jemandem Haus und spielen Spiele? Das ist nicht so eine Summere für mich. Ja, das Barbecue war nicht das Beste. Da war Aniki noch anders. Hi, als nächstes. Ja, das ist alles klar. Ich habe die Möglichkeit, zu sehen. Und Pochi konnte sie auch irgendwie sehen. Was? Du glaubst mir auch? Das macht mich so glücklich! Ja, aber aus anderen Gründen. Ich gehe auf die Androiden-Sache. Das ist ja eine eigene KI. Ich bin so glücklich! Vielleicht sind meine Mentor-Circuits alle verbrannt. Kann sein! Kann sein! Och, kann sein! Ja, der kann ja gut werfen. Okay, ich verstehe es. Wenn du wirklich meinst, dann ist es großartig! Wie geht's, wir beginnen morgen dann? Wir werden uns um 6.30 Uhr treffen. Ja, wir werden uns um 3.30 Uhr treffen. Die hatten so viel Spaß. Als nächstes ist Genu. Oh, es ist du, Pochi. Ich glaube, du sah mich an meiner Lose. Ich glaube, du sah mich an meiner Lose. Ich glaube, du sah mich an meiner Schwester. Ich glaube, du sah mich an meiner Schwester, seit meiner Schwester zu sterben. Nio fehlt dann noch, ne? Könntest du... Könntest du mich einfach ein bisschen langsamer sein? Wenn ich allein bin, fühle ich mich einfach, wie der Welt mich verbringt. Aber mittlerweile konnte sie es ja überwinden, ne? Danke, Pochi. Nioho! Wann kam der Punkt, wo Pochi sich geändert hat, dass er auf der Seite des Go-Getters-Club ist? Das wirst du noch. Wenn ich sie alle sehen konnte, würde ich... Aber... Die sind wahrscheinlich gefolgt und holen dich da jetzt raus. Aber was ist mit der Erinnerung zu Rachel? Und das ist jetzt die Erinnerung, die vor kurzem entstanden ist. Lüge, ich werde dich nie wieder vertrauen. Genau genommen hat er damit alle gerettet. So ist es nicht, Pochi. Keine Sorge. Sie haben die alle verziehen. Jeder von denen guckt übrigens traurig oder wütend. Kannst du zum Beispiel, guckt gerade wütend. Ich weiß, man sieht es nicht, weil mein Avatar da drüber ist. Denhe ich auch mal ein bisschen weiter nach links schieben können. Warte, dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Zumindest vom Text. Och, so ist das doch gar nicht. So ist das nicht. Die holen ich da jetzt bestimmt raus. Zumindest wird das der nächste Story-Teil sein. Yuki! Yuki! Oh, das ist richtig. Du warst nicht in der Go-Getters-Club. Das ist, warum habe ich keine Erinnerungen von dir in der Klasse. Oh! Aber wirklich. Wer bist du? Du fliehst aus dem Skogen. In den Mauten in Yamaguchi. Hm. Alles wird alles gut sein, Herr Pochi. Hä? Hä? Ich werde etwas herausfinden. Wie was? Was könntest du möglicherweise machen? Was war das jetzt? Also die Pochi-Hintergrund-Geschichte, die finde ich richtig cool. Und Rachel muss ja gefixt werden. Weil der war vom Start des Spiels, wo es in der Zukunft spielt, wieder beisammen. Nee, ich muss wieder mehrere Wege machen. Jetzt bitte nur noch ein Weg. Und die Roboter kommen wieder. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Das wird er nicht tun. Er wird sich verweigern, ganz sicher. Er hätte einfach dann früher damit rauskommen sollen. Dann hätten alle ihm vielleicht auch direkt verziehen. Die anderen werden schon kommen, keine Sorge. Das war's. Hm. Pochi, das wird schon. Die kommen. Mochan! Du hast dein Leben für alle riskiert. Wir kommen, um dich zu retten, Pochi! Du kommst, um mich zu retten? Aber wie? Es gab einen großen Dump-Truck, wo du geholfen hast, Herr Pochi! So, du hast geholfen! Und wir haben alle ins Auto gefahren. Und dann hatten wir alles zurück nach Lake Sua in Nagano. Lake Sua? Das ist wie, wo der UFO-Krash landete, oder? Wir denken, wenn wir den UFO-Komputer recherchieren, dann können wir, wo du warst, Pochi. Wenn der Computer zerbrochen wurde, wären wir Glück. Aber dann... Und ich analysierte die Daten. Und das ist, wie wir konnten, deine Location anzusehen. Und wenn der UFO-Komputer für uns... Der UFO-Komputer war eigentlich in ziemlich gutem Form. Der UFO-Komputer hat eine all-nighter-Komputer-Komputer gemacht, um sicher, dass er wieder fliehen kann. Oh... Ich glaube, ihr alle... Ja! Wir fliehen hier in der UFO-Komputer! Aber... Aber wie fliehen sie? Yuki war unser Pilot! Wie hat Yuki das denn angestellt? Sie sagen, du kannst noch ein Auto fahren, auch wenn du deine Erinnerung verlieren kannst, oder? Bei der gleichen Logik. Es ist so, Yuki ist ein wirklicher Wiss, wenn es zu Dump-Trucks und UFOs geht. Es ist unglaublich, nicht wahr? Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als unglaublich. Ich glaube, wir müssen hier rauskommen! Ja! Let's go! Aber Leute, sind Sie sicher, dass du das okay bist? Huh? Ich habe alle liebte. 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 Alles, was passiert ist, du bist ein Go-Getter. Nichts. Also, wir bleiben zusammen, Pochi. Go-Go-Getter werden niemals ausfallen. Das ist, wie die Song läuft, richtig? Let's go! Let's go! Guys, Thanks so much. Hey! Are you crying, Pochi? No, of course I'm not crying. I've just... Brung a leak. Anyhow, we should get going. If we let our guard down, those security robots might come back. Alright, everyone. Let's go! Let's go! Und hoffentlich kriegen sie Rachel repariert. Was ja eigentlich sein müsste, weil sonst würde der Anfang keinen Sinn ergeben. You said the UFO was parked on the roof, right? Yeah! That's right! The school building is pretty tall. Only the... Anyway guys. Let's hurry up to the roof. Got it! Na dann, ab nach oben. Huh? Oh oh. You must my Pochi kurz helfen. What... What the heck? Pochi! What are you doing? You're going the wrong way! I know. I know. But my body won't... What the heck? What the heck are you doing? Be careful! Sorry. But it's not me. I know. I know. I know. I know. some sort of machine attached to your back, Mr. Pochi. Oh. So I've been taken over by a hacking device. That's why I've lost control of my body. Mach das Ding doch einfach kaputt. Jo. Be careful, Juco. Stay back! What? I guess we can't get any closer. Hmm. Anyways. We've got to contact the others with the walkie talkie. Um. You must be able to help me. Hi. There's a signal jammer here at the school. So wireless comms are a no go. But... You must be able to help me. Guys, don't worry about me. You go ahead. There's no way of doing that. Why do you think we came all this way? Yeah. There's no way we're leaving you behind, Pochi. Friendshaft, Pochi. Friendshaft. You guys. I've got an idea. If we somehow use the electrical leakage on the machine over there, we can probably short circuit the hacking device and get it off my back. Mach es weg. Sofort. What if we do that? Yeah. The electric components inside me will get affected too. But right now it's the only way. If I want to keep on going with you guys. I've got no choice but to take a gamble. Na dann, let's go. Wen steuere ich? Pochi. Äh, ich muss gegensteuern, ne? Ich muss ja aufpassen, wenn das Ding von sich aus steuert, ne? Der will unbedingt, dass ich die anderen töte, der Mike. Mike, du bist ein Ersch. Aber wir machen hier beim nächsten Mal weiter, weil ich hab keinen Bock, hier wieder 40 Minuten folgen zu haben. Wirklich, zwei haben gereicht. Ja, Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich will mal ganz kurz noch gucken. Äh, nicht Sticker Album. Go get us, Club. Wurde Pochi aktualisiert? Ne. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.